Hallöchen Strategie-Fans und herzlich willkommen zurück in Todewa Pharao. Es geht weiter mit dem Pelesetir. Wir starten jetzt hier den nächsten Krieg gegen Urushalim. Ähm, ja, nachdem ich ihn, äh, bei Ramses immer mich zurückgehalten habe, weil er uns einmal in einer Schlacht so wunderbar geholfen... Er hat uns nicht wunderbar geholfen, aber dass er überhaupt den Mut hatte, uns da zu helfen gegen die Seevölker. Das war super. Dann hatten wir ihn als Vasallen mit Koruntha und jetzt werden wir ihn mit den Seevölkern mal vernichten. So, hier bei dem, äh, Königlichen Erlass habe ich mich für die tiefere Brunnen entschieden, weil es möglich ist, wenn wir Sichem angreifen, der hat nicht nur Stein für uns, sondern auch noch Bronze, dass er Megiddo belagert. Und dann halten wir hier bei der Belagerung ein bisschen länger durch. Ich werde halt auf jeden Fall, nachdem ich, äh, Urushalim hier geregelt habe, mit meiner zweiten Armee dann wieder zurückmarschieren. Unter Umständen gebe ich dem sogar ein paar Truppen von Aliattes, weil der kann ja in seinem Hordenlager noch rekrutieren. Und ja, ähm, wir starten den nächsten Krieg. Die zehn Runden nach unserem Frieden müssten eigentlich längst abgelaufen sein, ne? Äh, ja. Es gibt nichts, worauf wir uns einigen können. Ne, doch, auf eine Sache schon. Und das ist Krieg. Da sind wir uns einig, oder? Äh, äh... Mhm. Gesinnung gegenüber Pinzett. Also ich kann ihn hier, äh, die Tyzene auch nicht rausnehmen aus dem Krieg. Das, äh, ging eigentlich sonst immer. Hier oben wäre so ein Button. Naja, äh, dann erklären wir euch mal den Krieg, ne? Sind hier Tyzene halt mit dabei? So, hier wird er sich wahrscheinlich erstmal zurückziehen. Und wenn wir die Siedlung einnehmen, dann haben wir auch hier unseren ersten Handelsposten. Das war erstmal keine Arneesha, aber immerhin. Nichts wird uns aufhalten. Nein, er stellt sich sogar dem Kopf. Äh, 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 die Urushalim, die sind aber auch gutig, ne? Und ja, dann wären wir hier seine einzige Armee, denk ich mal, völlig drin. Ja, und da ist Aliates bereit, hier Tani fertig zu machen. Dreimal Stürmerbrick damit, zweimal Bogenschützen und sein General. Äh, man, gut, dass die Stürmer meistens relativ schlechte Rüstung haben. Dann sollten wir unsere Steinschleuder auch erstmal auf die konzentrieren. Ne, Gluthitze wollen wir nicht. Das sieht besser aus. Ja, trocken und dann mal einen Sandsturm. So, alle weg. Äh, ne, ich sehe hier keine Felsen oder Sonstiges. Können wir hier auch direkt gegenüber stehen bleiben. Die packen auch erstmal in eine Gruppe die Schleuderer. Und dann setzen wir die später auf seine Stürmer ein. Das dürfte Matsch sein. Dann kommt ihr da noch chillig am Matsch vorbei. Oh, dann legen wir hier los. Fürs Erste sieht's mal so aus, als wäre der sogar angreift. Äh, das soll mir sehr recht sein. Naja, der stürmt an. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Die sind so mutig, die Urushalim. Das sind doch Räuber-Einheiten. Schleudern bereit machen. Da, Borgenschützen. Schießen wir auf die Borgenschützen. Da sind die anderen Borgenschützen. Äh, warte mal. Dann gehst du da mit ran. Hier geht mal an die mit ran. Im Moment läuft er noch so vor unserer Linie rum. Ist auch kein Wunder. Weil ja diese Schwerträger auch schmeißen können. Da, die Borgenschützen blinken schon und sind fertig. Schießt mit auf die. Ah, die flüchten auch schon. Schießt mal weiter auf die. Das sind die Schnellen. Versucht mal die zu kriegen. Auf den Weg machen. Oh, da ist der Sieg. Äh, Stöpfchen. Steinschneider noch mal Nahkampf. Ich glaube, die Infanterie schicke ich diesmal auch mal gar nicht hinterher. Damit die Steinschneider da nicht so blocken. Ah, sie müssen jetzt natürlich erstmal durch die Linie durch. Äh... Guck mal, ob ihr euch schon um die kümmern könnt. Die sind sehr schnell. Trefft ihre Köpfe! Oh, warte mal. Da kommen Steinschneiderer. Kümmert ihr euch mal um den General. Genau deshalb fürchten sie uns. Ah, ich glaube, die kommen noch nicht mehr ran. Wir sind die Besten. Daran gibt es meinen Zweifel. Die sind alle drauf angesetzt. Schleuderer. Äh, hier wollen wir noch mal jede Menge Schleuderer. Krieger der Gezeiten. Oh, und jetzt gehen wir schub. Jau, unsere Stürmer kommen hier tatsächlich ran. Da ist auch schon nur noch einer. Und weg ist er. Zack, da rüber. Ja, die holen auch alle auf. Äh, greift da noch mal mit zu. Oh, hier. Äh, der Abstand wird kleiner. Äh, greift du mal da mit zu? Naja, zumindest hier im Park können sie noch kriegen. Wunderbar. Die kriegen die leider nicht mehr. Wenn ich mal schießen soll. Ah, das müssen die irgendwie auch schaffen. Nein, es ist vorbei. Also dürfte kaum was überlebt haben. Ah, zuerst hat er sich ein bisschen gewehrt. Aber letztendlich hat er dann doch wieder den Kopf abgeschlagen bekommen. Wir haben fünf Leute verloren. Bei ihm haben 16 überlebt. Äh, da können wir ja, denke ich mal, wieder die Ressourcen mitnehmen. Oder, warte mal, wir nehmen den hier mit. Kriegsausrüstung stehlen. Ja, das nehmen wir mit. Wenn wir nur fünf verloren haben und es hier nur, in Anführungsstrichen, 330 Nahrung gibt. Moral geht hoch. Nahkampfschaden. Rüstungsdurchdringender Schaden. Rüstung. Ja, ja, ja. Komm, das nehmen wir mal mit. Und er hat tatsächlich überlebt. Ich werde dem Glauben meines Volkes gerecht. Geht und belästigt jemand anderen. Alter, wie ich ganz ehrlich. Der ist hier nicht irgendwie in der Nähe irgendeines Postens. Ich kämpfe für meine Brüder. Ich tue, was getan werden muss, um zu überleben. Ah, er kommt an die Festung ganz knapp nicht ran. Ah, warte mal. Das können wir vielleicht regeln. Niemand soll meinem Volk eine neue Heimat verwehren. Erstmal Aliates. Was kriegt er hier für Bonus? Nachschub plus zehn Prozent und Arbeiterwachstum. Komm, dann machen wir eben den voll. So, und wenn wir jetzt hier Pell belagern. Vielleicht hat er ja auch in der Festung nichts drin. Aber doch, doch, doch. Er hat in der Festung, die ist mit zehn Leuten voll. Wir sind hier trotzdem noch im Vorteil. Aber wir haben auch schon sieben Silber, ne? Und ganz viele stehen schon davor, auch Silber zu werden. Das sieht echt nice aus. So, ich umkreise mal ganz kurz. Denn jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt wüsstest du dir eigentlich reinkommen, ne? Und so ist es auch. Oh, und der Arnhelsbosten, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, draufgekackt. Du belagerst hier. Und Short can we in die Siedlung wegnehmen. Und dann denke ich mal, ist diese Einheit egal. Ich habe die Kontrolle. Er hat hier kaum noch Truppen. Kann sich nicht mehr auffüllen. Ihr steht mir im Wild. Ne, 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 ist Pell weg. Zur Seite, kann er näher. Tja, das sieht doch auch hier schon vom Balken her viel besser aus. Und dann werden wir hier mal Urushalem seine letzte Region wegnehmen. Und da ist Aljad bereit, hier den Urushalem, die letzte Region Pell wegzunehmen. Trocken, Gluthitze, können wir gut mit leben. Truppen erstmal weg. So, und da geht nix. Hier hat er einen Eingang. Eingang, da hat er einen Eingang, da und da. An dem Punkt hat er halt auf jeden Fall auch einen Hauptturm. Äh, verstecken können wir, denke ich mal, nix. Naja, okay, hinter diesem Hügel könnte man was verstecken. Wir haben schon stärkere Aluminen bezwungen. Das stimmt. Allerdings, da hast du recht. Äh, tisch, tisch. Das sind schon mal fünf. Nehmen wir hier hin. Ein paar Fernkämpfer für euch. Und hier bauen wir auch noch mal dieselbe Truppe auf. Na, auch ein paar Fernkämpfer für euch. Daraus machen wir auch noch mal zwei Grüppchen. Mit unserem General zusammen. Und dann kann's losgehen. Ja, oh, hier hat er auch ordentlich Truppen hingestellt. Da hat er einmal Bogenschützen. Und da hat er noch mal Bogenschützen. Und hier sind noch welche. Dann, würde ich mal sagen, fangen wir erstmal an. Bogenschützen eingreifen. Hier stehen seine Bogenschützen da. Dann ballert ihr auf die Stammes, Leute. Lass mal Infanterie erstmal zurück. Klein wenig Schub. Na, dann verschiebt er mit seinen Bogenschützen auch schon. Ah ja, wie weit wollt ihr denn noch ran? Ihr seid die hier. Die sind schon lange drin. Die unbedingt so weit gehen, dass er sich umdrehen kann und auf euch schießen kann. Da, ja, da kann er Bogenschützen. Hier gehen wir vor. Marschiert los! Aber warte mal, da kommt er mit Bogenschützen. Auf den Weg machen! Na, die Bogenschützen laufen auch noch durch die Gegend. Dass die so nah dran sind, nervt mich ein bisschen an. Geht mal ein bisschen zurück. Wie gesagt, wenn der sich zu uns hindreht, der fängt an zu schießen. Na, der kommt nämlich auch schon. Und schon wären wir mit drin gewesen. Schlagt ihre Schädelein! Höft ihre Kräfte! Marschiert los! Infanterie vor. Da, 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 da. Da sind die. Müsstet ihr eigentlich an die rankommen. Da das Stammesleute sind, gehe ich mal davon aus, dass die... Ja, die haben keine Geschosse. Stell euch mal da hin. Auf den Weg machen! Jawohl, die Bogenschützen sind geschlagen. Da brauchte die Infanterie gar nicht eingreifen. Da hat er noch weitere. Steine bereit! Enverte! Äh, geht mal näher ran. Marschiert los! So, Infanterie. Äh, äh. Zweimal ab da. Eine nach da. Und die beiden nach da. Aber jetzt kommt er auch. Ne. Nochmal Kommando zurück. Hier bringt jetzt beide Bogenschützen ran. Vorwärts! Marsch! Blut und Schlag! Hier geht mal schon mal drauf. Für die Meeresgötter! Krieger marschiert! Schwertkämpfer! Da, die Schwertkämpfer können hier schon mal rein. Krieger marschiert! Schleudern los! Reiner! Schickt ihnen Beine! So, die Krieger haben sich's auch anders überlegt. Dann machen wir jetzt das so, wie wir geplant hatten. Äh, hier nach da. Äh. Hier nach da. Schleudern bereit machen! Zielübungen für unsere Schleuderer! Na, die können ruhig erstmal noch ein bisschen ballern. Und jetzt verschiebt ihr nach da. Auf den Weg machen! Äh, so. Auf den Weg machen! Hier macht da die Klappe zu. Dann kommt vielleicht die hier irgendwann von hinten. So, hier geht's jetzt schon mal drauf. Und hier geht jetzt drauf. Okay, nicht so lange durchhalten. Könnt ihr schon mal weitermarschieren? Genauso wie ihr. Das sieht alles ganz gut aus. Der hat kaum noch was. Äh, steu ich doch weiter vor. Ja, die blinken, blinken, blinken. Äh, das ist die Frage, ob ich die Elite überhaupt brauche. Wir bringen die mal rein. Krieger, marschieren! Wer macht da zu. Schwerdkämpfer! Okay, kommt da mit. Vorwärts, marsch! Der marschiert noch da. Vorwärts, marsch! Ich werde hier nicht sterben. Meeres schleudern! Die haben wir drauf. Äh, äh. Schwerdkämpfer! Die haben wir. Ja. Okay. Tja, ihr wolltet hier gar nicht unterstützen, ne? Tisch. Trefft ihre Köpfe! Dann könnt ihr schon von da kommen. Krieger, marschiert! Schlitz sie auf! Winde, leitet uns! Na, könnten sich natürlich noch mal entspannen, aber komm, wir gehen jetzt hier vor. Steine brennt! Der sind nur noch Stammesleute. Krieger der Gezeiten! Ihr könnt erstmal aufhören. Ich werde den Ort! Alles geregelt hier. Schwertkämpfer! Da ist sein scheiß Turm. Den nehmen wir erstmal ein. Verschwinden wir von hier! Die flüchten auch schon. Dürfte gleich erledigt sein. Äh, geht immer in den Nahkampf. Hier in den Demon. Hier in den Demon. Und hier in den Demon. Äh, die hier sind irgendwie angehalten. Mit den Reichweiten ihrer Bögen! Die hauen wieder ab. Marschiert los! Wellen und Stürme! Dann marschiert ihr davor. Lasst sie ausbluten! Auf die Köpfe zielen! Ist er wirksam! Tja, kommen wir irgendwie nicht vorbei? Ne, bei dem Punkt ein hier. Marschiert los! Ah, ein bisschen brauchen wir noch. Bis wir den Hauptturm eingenommen haben. Weil jetzt schießt er auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Auf den Weg machen! Noch können wir nicht aufatmen, Männer! Steine der See und des Zorns! Der ballert doch mal da drauf. Äh, hier hinten stehen auch irgendwie noch welche. Ah, da braucht teilweise faule Soldaten. Löwe von Kufafa! So, an dem Punkt sind wir auch gleich dran. Und schon ist es unser Hauptturm. Da gehen die Lampen an. Und da dürfte der Sieg kommen. Jo, sehr schön. Kommt, wir beenden Ihnen das Gefecht direkt. Haben wir die Urushalip geschlagen. Hat da nur noch seine eine Rümpeltruppe da. Mit zwei Einheiten, glaube ich. Und wieder einmal haben wir einen Kopf abgeschlagen. Ah, etwas über 30 Mann verloren. Das ist ganz nice. Wir werden auf jeden Fall hier besetzen wieder. Wer seine Gebäude gleich nutzen können. Vor allem den hier. Den er uns vielleicht kaputt machen könnte. Der kommt jetzt natürlich nicht großartig zurück. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er den kaputt macht. Vor allem wahrscheinlich gleich ganz niederbrennen. Dass er auch komplett weg ist. Ja, so viel Pech traue ich uns jetzt zu. Ach, ich bin ein unbedeutender Niemand. Wo würde er denn noch hinkommen im Marsch? Ey. Er würde bis zu dem Punkt kommen. Eine lange Reise steht an, Männer. Geht und belästigt jemand anderen. Der Tod folgt mir auf Schritt und Tritt. Gutes Gelände zum Marschieren. Äh, geh ruhig ein Stück näher ran. Da drüben hin. Achso, warte mal. Darf ich? Ja. Wir nehmen den natürlich erstmal mit. Geil. Wir haben unsere erste Armee. Was ich für Schwenks machte. Total nice. Wir haben unsere erste Armee mit einem Handelsbonus. Ey. Das ist doch wundervoll. So. Und was ist hier in Pellos? Ja, da hat er wieder so ein Einberufungsgebäude. Ähm. Weil ich die Ressourcen wieder haben will. Die Steine kann ich sehr gut gebrauchen. Das reiße ich direkt wieder ab. Dann hat er, äh. Wachstum Arbeiterschaft. Da hier fünf drin sind. Die Steine nehme ich auch mit. Wird auch abgerissen. Ja, äh. Wir können im Moment nichts bauen. Zwei offene Aktionen hätten wir noch. Oh. Wir haben wieder Unterstützung bekommen. Äh. Erstmal hier gucken. Niemand soll meinem Volk eine neue Heimat verwehren. Äh. Was war denn das? Okay. Kann ja dann nur hier irgendwo sein. Da. Eine Übungspuppe. Nachladegeschwindigkeit für Hordeneinheiten. Äh. Aura-Größe. Arbeitskosten. Äh. Dann. Gib ich dir den. Das ist nice. Und du kriegst dann die Scherpe. Den haben wir es geschärft. Und schießen die Runde ab. So. Mit seinen zwei Einheiten. Hier kann ja nichts machen. Er hat auch sogar noch Verschleiß. Er wird wahrscheinlich in den Angriff gehen. Ist das Einzige, was ihm noch übrig bleibt. Er geht auf Pell drauf. Ich mir das jetzt schon wieder angucke, ne? Wie der Balken hier ist. Ich geh in diese Schlacht rein. Ich will hier nämlich keine Leute verlieren, weil ich relativ zügig nach Sichem weiter will. Weil ich Steine und Bronze brauche. Daher gehen wir hier in die Schlacht rein. Das letzte Aufbäumen der Ur-Schalim. Bevor sie fürs Erste vernichtet sind. Ich glaube ja, ne? Durch eine Rebellion in dem Land. Wenn sie dann eine Siedlung einnehmen, können sie dann wieder zurückkommen. Äh. Er kommt. Zum Glück komplett von da. Äh. Äh. Ganz egal. Die Sohn mit dabei. Wir machen hier natürlich keinen großartigen Aufriss. Äh. Tisch, tisch. Die drei von da. Äh. Warte mal. Komm. Die muss noch Erfahrung sammeln. Kommen die drei von da. Schleuderer mit dazu. Genauso wie hier. Hm. Äh. Die hab ich nicht gruppiert, ne? Gröpschen. Gröpschen. Die können auch noch Erfahrung gebrauchen. Äh. Den Rest hier. Den packen wir mal in eine Truppe. Und der kommt von da. Auf geht's. Bewegung. Ruhig mal ein bisschen raus hier. Winde. Leitet uns. Na. Hinüber. Hier ist auch noch eine eine. Schwertkämpfer. Krieger. Marschiert. Äh. Der sind die Schleuderer. Schieben. Schlag die du Schädelein. Schieben. Steine. Los. Schreckt. Vorstoßen. Ah. Vorwärts. Marsch. So. Strachmodus. Stell und halten. Steinicht sie. Der mal ein bisschen drauf. Schleuderer. Der mal ein bisschen drauf. Zu unserem Ziel. Vorwärts zum Ziel. Zeit zu töten. Und wir kesseln den Generaten ein. Die Meeresgötter. Schleudern. Los. Schiehen. Schafft es die Schleuderer nochmal zu schießen? Er trinkt in eurem Blut. Wer wagt es? Äh. Dich. Dich. Aufhören. Nahkampf. In den Nahkampf. Ich brauche euch zum Jagen. Unter Umständen. So. Schnell. Schnell. Okay. Die ist weg. Und da ist es entschieden. Urushalim ist vernichtet. Der war auch nicht schlecht. Erstmal schön mit dem mächtigen Fußtritt. Falls einer irgendein Bug kennt. Weggetreten. Und dann niedergeschlagen. Äh. Es gibt nur ganz wenig Ressourcen. Das brauchen wir nicht. Wir haben nicht viele Leute verloren. Ich nehme das wieder mit der Ausrüstung. Ja. Ja. Damit ist die Fraktion Urushalim auch vernichtet. Wir haben hier auf jeden Fall die nächste Runde am Start. Ey. Wir haben mal 16 offene Aktion. Das ist ja mal richtig viel. Äh. Hat er wieder einen Rang gemacht. Niemand soll meinem Volk eine neue Heimat verwehren. So. Das mit 666 war das mit Nahrung. Ne. Auch geil. Dann gehen wir erstmal wieder einen auf Unterhalt hier. Irgendwas bekommen wir aber nicht. Ne. Da gab es nichts für. Ja. Wir haben ja eine ganz frische neue Runde am Laufen. Und haben hier auch das Ende der Folge erreicht. Also sehen wir uns in der nächsten Folge zu einer ganz neuen Runde. Bis dahin. Bis dahin. Und tschau. Tschau.